hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen heute call of duty black ops 2 mit dabei ist der lj und der eisman und wir machen ein free for all das ist klar es kann ich dafür dass ihr scheiße seid noch gar nichts gesagt ist halt echt so haut da direkt raus lj der kleine pisser da war ich drauf digger halt doch die fresse aber im schuss davor auch drauf und der hat nicht getötet mit seinem scheiß schalldämpfer auf eine waffe auf die mann was was für ein schalldämpfer hier ist kein schalldämpfer drauf ist einfach so so krass dass der jeden schuss silent macht es ist kein schalldämpfer drauf ich habe eine verfickte dsr mit dem ballisten sensor mehr habe ich besser nicht drauf okay dann halt durch die wand wenn du nicht anders ich hätte schießen soll man schätzen bleiben ja lj ich hab dich nicht mehr gesehen was das war ein übelster fail, rotes haus das steht halt im blauen haus aber lj war auch unterhalb ich weiß, lj hat mich am roten haus getötet dann bin ich im blauen gespawnt das kann nicht sein, ich war schneller mit den messern was war das, das war noch ein sehr gut, god of judy weiß nicht mehr wo man hier ist, wo man hier ist ich bin der einzige, der dsr spielt, ne? nein, ich auch ich bin der einzige, der ballista spielt einfach mit der dsr mit mosk, so tun ich wie war der nicht drauf? wie war meiner drauf? mit meiner kann gar nicht drauf gewesen sein ich hab doch einfach geliebt, digga! dieses spiel ist einfach so fucking schnell, ne? ja man das ist so gay aber es war noch eins der guten wir haben das extrem lange gesuchtet auf der xbox wie lange hast du da erwartet? gar nicht, ich bin grad um die jacke gegangen wo kämpft Karim schon wieder? ich kämpf gar nicht, läuft durch die gegend wo wofür du das sagst, bist du am kämpfen? nein ja, warum schießt ihr denn gleich auf mich? ja, warum schießt ihr denn gleich auf mich? du musst Karim denn hinlegen bringt nichts doch, hat schon was gebracht ein bisschen ja, dass ich einfach kurz drüber weg im messer da war aber du konntest dich einfach nicht schön bewegen doch, ich kann mich auf dem Boden im kreis drehen ja, come on ja, genau gerne, ey weiß ich, deswegen bin ich sogar weggenatzt ja, da kommt er von der anderen Seite komm, nimmst du doch drauf deine Mutter ist fett, man ohne nähert sich nee, das ist sie nicht LJ NEIN, war nicht allein vor mir, du Hurensohn aber LJ ja ist der Fabbelnmodus jetzt aus? ja ja den hat ich vorhin, weil wir spiel auch nicht mehr ah ok wir sind dann kdo echt was?! ich hoffe, ihr hinter mir schluss achso connection lost in der Killcam ja gg ich bin Hose Was machst du da? Wie viele Kills geht's? Haufe zu lachen, du! Er ist voll nepp mit seinem Spielstil Kennt ihr doch nur von damals, oder nicht? Nein, damals hast du gelackt, weil du mit deinem Bambus Rettung unterwegs warst Verdammt Ich muss nachladen Nix ist, nix ist Ich hab dir das Leben gerettet Pfff Loi Wuh? Never, alter Never ever Lo... alter Das Teil ist halt OP Was? Never Du bist ein Gott, ja, ist okay Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zuschauen Seht mich bei der nächsten Folge Alter, guckt es euch an So, jetzt könnt ihr reinhauen, verpisst euch, ey Alles klar Auf jeden Fall Leute, haut rein, ciao, bis im nächsten Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal